Max, willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute mit einem stationären Thema, würde ich fast sagen, Manufaktum. Das kennt sicherlich der ein oder andere Hörer, aber du musst uns jetzt mal erklären, was Manufaktum eigentlich ganz genau ausmacht und wer du eigentlich bist und wo wir uns her kennen. Erzähl mal. Hallo Alex, vielen Dank für die Einladung. Also kennen tun wir uns, glaube ich, noch aus Urzeiten der Otto Group oder als ich in der Otto Group angefangen habe, war so einer der ersten Aufträge, die ich bekam, glaube ich, du musst den Alex kennenlernen. Dann haben wir uns irgendwo in Dunkelbarnbeck getroffen. Insofern ist auch schon verraten, dass ich vor meiner Manufaktum-Zeit eine Vergangenheit in der Otto-Gruppe hatte, wo ich für die Konzernstrategie und zum Schluss auch das E-Commerce Competence Center verantwortlich gewesen bin, bevor ich dann zu Manufaktum gekommen bin. Die Manufaktum-Gruppe besteht aus vier Konzepten. Das ist einmal Manufaktum selber natürlich. Dann haben wir noch Magazin, ein eher Möbel- bzw. Home-and-Living-orientiertes Konzept sowie Gastronomie-Konzepte, Manufaktum, Brot und Butter und die Lohnhalle in unserer Zentrale in Waltrop, ein kleines Restaurant. Wir setzen auf hochwertig verarbeitete, reparierbare Produkte sowie eine zeitlose Gestaltung und die guten Dinge, die bieten wir auf vielen Kanälen an, digital über unsere Online-Shops. Wir haben eine irre starke Katalog-DNA, da kommen wir vielleicht auch noch darauf zu sprechen. Wir betreiben einen eigenen Customer Service hier in Waltrop und dann haben wir, wie du schon gesagt hast, auch eine stationäre Präsenz, 13 Warenhäuser in Deutschland und eins in Wien. Wir stehen seit mehr als 30 Jahren für bewussten Konsum und haben in unserer letzten Kampagne im letzten Jahr zudem noch dem Wegwerfen den Kampf angesagt. Wir wollen mit unseren Produkten aus alltäglichen Routinen etwas Besonderes machen und hierfür bieten wir unseren Kundinnen ein außergewöhnliches Angebot an sorgfältig und langlebigen Produkten, an sorgfältig ausgewählten und langlebigen Produkten an. Das Angebot ist echt wahnsinnig vielfältig und es reicht von der Armbanduhr bis zur Aufschnittmaschine, von der Gartenschere zur Gesichtscreme, von der Nachttischlampe zu, ich weiß nicht, der Daunenjacke aus recyceltem Plastik bis hin zum Waterroar, der in deinen Sendungen ja auch schon mehrfach Thema gewesen ist. Das stimmt, das stimmt. Auch die Aufschnittmaschine, vor kurzem aus dem Keller ausgeräumt, von Oma und Opa geerbt hier, beziehungsweise von den Schwiegereltern, hat aber einen dankbaren Abnehmer auf eBay kleine Anzeigen gefunden. Das schien vor... Eine große rote? Nee, nee, das war so eine graue, aber das schien auch vor 40 Jahren oder wie alt die auch immer ist, schon so konstruiert zu sein, dass das lange hält. Das war sogar noch mal eingebaut bei uns in so einen, in die Küchenschränke, also man konnte so... In die Küchen, die man so hochziehen kann. Ja, genau, die konnte man so hochziehen. Ja, genau. Wenn ich von der roten Aufschnittmaschine schreibe, dann rede ich über der mit der großen Kurbel, die du auch bei einem Italiener manchmal siehst, wenn die Antipasti-Teller gemacht werden. Die haben wir auch so groß geht es auch her. Genau. Und kannst du noch mal ein paar Eckdaten zu meiner Faktum sagen, außer den 13 Stores, also wie Umsatz, Online-Anteil, was immer ihr für Daten da verratet? Ja, kann ich machen. Ich würde gerne noch, bevor ich mit dem WaterRower abschließe, noch... Ich sage gleich die Details. Ich würde gerne noch ein paar Sachen sagen. Das eine ist, wir haben neben dem Sortiment natürlich noch für uns kennzeichnende Services. Wir haben eine Sonderbestellung für Wünsche jeder Art. Wir haben einen Reparatur- und Ersatzteilservice. Das ist, glaube ich, auch besonders wichtig, gerade bei dem Thema Langlebigkeit, Reparierbarkeit. Und wir haben Brot. Also unser Gastronomiekonzept Brot und Butter, wie der Name ja schon sagt, das haben wir an neun Standorten und da haben wir jeden Tag BäckerInnen, die kommen und frisches Brot backen in den extra für uns gefertigten Steinöfen aus Tuffstein aus der Eifel, by the way. Aber das ist nicht irgendwie ein TK-Rohling, der da reingeschoben wird, sondern das ist eben auch echtes Handwerk mit Teig, der Hand geknetet wird, der lange stehen gelassen wird und dann dort gebacken wird. Und deshalb gibt es ausgezeichnetes Brot, das sich wirklich signifikant von dem herkömmlichen TK-Rohling, die man so beim Gemeindenbäcker bekommt, unterscheidet. Zahlen mache ich gleich. Vielleicht noch ganz kurz, wir sind zu zweit in der Geschäftsführung. Mein Partner Kai-Stefan und ich verantworten in Summe die Manufaktum-Gruppe. Kai und ich gucken beide gleichermaßen auf Manufaktum. Ich habe ein stärkeres Augenmerk auf Brot und Butter, er mehr auf Magazin. Und meine Verantwortlichkeiten liegen bei Vertrieb, also digital und stationär, Customer Service, Logistik, IT und Accounting und Finance. Und vielleicht noch zu mir selbst, bin in Hamburg groß geworden, habe dänische Wurzeln und wir sind Eltern von zwei Kindern, einer Tochter, einem Sohn. Manufaktum gehört, das ist jetzt vielleicht schon rausgekommen, zur Otto-Gruppe. 100 Prozent. So bin ich hier auch gelandet in All Fairness. Also über meinen Job in der Konzernstrategie hat Rainer Hillebrand mich irgendwann mal gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, das hier zu machen. Da habe ich Ja gesagt und bin auch sehr, sehr dankbar für die Möglichkeit. Es wurde mal aus Versehen eine Umsatzzahl berichtet von Manufaktum. Das ist schon eine ganze Weile Jahre her, das ist kurz bevor ich gekommen bin. Das waren irgendwie gerade noch nicht 100 Millionen. Das waren glaube ich damals 93,2 oder so. Wir haben seitdem nicht wieder über Zahlen gesprochen, davor ja auch nicht. Ich kann aber sagen, dass wir seitdem, also bis es zu diesen 93 kam, war das eine relativ stabile Umsatzentwicklung und in den letzten fünf Jahren sind wir sehr signifikant gewachsen, haben sehr deutlich auch den dreistelligen Bereich inzwischen erreicht. Wir hatten vor Corona einen Umsatzanteil digital stationär ungefähr 50-50. Insofern ging uns da in Corona auch ganz schön die Düse, aber sind in der Lage gewesen über unser Digitalgeschäft und da hattest du ja auch Berührungspunkte mit Manufaktum, als es mal so ein großes Projekt gab, wie man Manufaktum weiter digitalisieren könnte, weit vor Corona. Da sind zwar viele Sachen nicht so aufgegangen, wie wir sie uns vorgestellt hatten, aber wenn wir diesen Digitalisierungsschub damals nicht unternommen hätten und zumindest mal die Infrastruktur so verändert haben, wie wir das gemacht haben, dann hätten wir Corona und unsere Weihnachtsgeschäfte nicht so geschafft, sodass wir heute eher bei zwei Drittel, ein Drittel sind. Digital versus offline. Haben also stationäre Ausfälle in den diversen Lockdowns, die wir in Deutschland und Österreich hatten, digital überkompensieren können. Gibt es den Katalog noch? Ja. Also es gibt ja mehrere Kataloge. Also es gibt natürlich diesen einen Hauptkatalog, den alle kennen, den du wahrscheinlich auch ansprichst, wo früher immer eine große Zahl drauf stand, heute sind da irgendwie so Wimmelbilder drauf. Den gab es letztes Jahr das letzte Mal. Aber wir haben eine Reihe von, also wir haben das, und der hat auch immer mehr bei uns so enzyklopädischen Charakter verloren. Also der war mal bei irgendwie fast 500 Seiten und zuletzt war der irgendwie bei etwas über 200. Wir haben jetzt aber einen stärkeren Fokus auf die einzelnen Sortimente gelegt. Also wir haben so, wir nennen die internen Kompetenzformate. Also wir haben ein Kompetenzformat Bekleidung, Kompetenzformat Küche, Kompetenzformat Garten, weil das für uns besonders starke Sortimentsbereiche sind. Und da sprechen wir dann über Inhalte in den Katalogen, aber natürlich auch über die Produkte. Und ich habe ja gesagt, wir haben eine sehr starke Katalog-DNA. Die Art und Weise, wie wir über unsere Produkte sprechen, sie beschreiben, insbesondere im geschriebenen Wort. Das ist, glaube ich, schon eine besondere Stärke, die Manufaktum hat. Es gibt ja auch so ein Buch, das heißt das Manufaktum Garten. Ja, und das nutzen wir, diese Inhalte nutzen wir dann eben auch, um die in den Kompetenzformaten Garten zu spielen oder im Newsletter über das Gartenjahr hinaus, dann eben in jedem Newsletter, der dann den Garten angeht. Was ist jetzt, wo sind wir gerade im März? Was musst du jetzt im März gerade beachten? Dann gibt es besondere Tipps für den April und so weiter und so fort. Also das funktioniert für uns ziemlich gut. Wie muss sich jemand, der hier Manufaktum vielleicht noch nicht vom stationären Erlebnis her kennt oder auch nicht vom Onlineshop, das vorstellen? Warum geht man da hin? Wir haben ja sonst eher so klassische Unternehmen, wie du schon sagst, da Sportartikel, Händler, da kauft man sich Sachen, wenn man irgendwie Sport machen will. Baumärkte, da kauft man sich irgendwie Sachen, wenn man was bauen will. Fashion-Unternehmen, da kauft man die Sachen, wenn man nicht gern lackig ist. So, warum geht man zum Manufaktum? Also das hat, glaube ich, mehrere Gründe. Zum einen liegt es daran, dass wir ganz, 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 also alleine vom Erscheinungsbild spannende Geschäfte haben, Warenhäuser, wie wir sie nennen. Das liegt natürlich an der Sortimentsbreite. Ich habe einen Freund aus Kopenhagen gehabt, der neulich das erste Mal da war und der war völlig hin und weg, weil er sagt, wo gibt es das eigentlich noch, dass man zum Beispiel so Rasurzubehör bekommt, einen Rasierhobel, den Pinsel, die Rasierseife, so Sachen gibt es ja sonst eigentlich nicht mehr. Wir sind ja so eine Mischung aus, wir ersetzen den klassischen Fachhandel, den es heute irgendwie nicht mehr gibt und machen das aber alles unter einem Dach. Also du kannst, also Sportgeräte, ein Laufband, ein Fahrradergometer, das Rudergerät, über das wir schon gesprochen haben, bekommen. Nebendran ist irgendwie eine Grenzforce-Axt aus Schweden. Ein bisschen weiter kommt dann irgendwie eine Hack-Pferdelederjacke und auf der anderen Seite gibt es dann wieder von uns selber irgendwie destillierten Wodka. Das ist also eine ziemlich große Bandbreite von unterschiedlichen Sortimenten, die auch in jedem Standort unterschiedlich dargestellt werden, mit unterschiedlichen Schwerpunkten und das macht das Einkaufserlebnis bei uns, glaube ich, besonders. Dann haben wir noch Menschen, die bei uns arbeiten, die irgendwie nicht einfach nur ein Warnschild ablesen oder nach irgendwie WKZs verkaufen, sondern in ihrem jeweiligen Sortimentsbereich besonders stark sind und ein ehrliches Verkaufsgespräch führen können und dir nicht irgendwie die Olympia-Espresso-Maschine verkaufen, weil sie irgendwie teurer ist oder ist als die Bezerra, sondern versuchen genau mit dir zu arbeiten, was ist denn eigentlich dein Kaffee-Fable und dann gibt es die entsprechende Maschine dazu. Und dazu kommen diese 400 Veranstaltungen im Jahr, die wir machen. Also ich glaube, das macht auch nochmal einen Unterschied. Also wir haben hier in Waltrop haben wir zwar im Jahr Garten- und Herbsttage, da kommen dann irgendwie bis zu 10.000 Leute an dem Wochenende und gucken sich an, was hier passiert, sprechen mit unseren Lieferanten und es gibt ein großes Programm. Aber wir machen ja auch in unseren Warenhäusern so Sachen wie, wie schleife und schärfe ich meine Messer richtig. Also kommen dann abends irgendwie acht Menschen, sind um den Tisch versammelt und dann gibt es irre Typen, die einem erklären, wie das funktioniert und die Leute sind beseelt davon, wie sie eben ein vernünftiges Messer haben. Das liegt daran, dass man bei uns eben ein Messer für, weiß ich nicht, 100 Euro kauft und nicht einen Messerblock bei Amazon, wo du, keine Ahnung, fünf Messer für 50 kriegst. Genauso wie mit den Pfannen, die wir verkaufen. Also es sind schmiedeeiserne, zum Beispiel schmiedeeiserne Pfannen, da kostet eine 50 vielleicht, aber die hält dafür ein Leben lang und nicht wie irgendwie drei Pfannen für 50 mit irgendwelcher Astronautenbeschichtung, die nach 18 Monaten ab ist und ausgetauscht werden muss. Ich finde das ja auch total sympathisch. Ich mag auch gerne in einen Manufaktumladen gehen. Dadurch, dass ich aber selten in der Stadt bin, komme ich gar nicht mehr dazu. Ja, das stimmt. Ja, aber manchen Produkten fragen mich, wer kauft das? Die Pferdelilerjacke oder irgendwie die Gießkanne aus Kupfer oder gefühlt sozusagen gibt es viele kupferartige Gegenstände. Aber das ist, glaube ich, wieder so, wenn du, also wenn der Garten ein lästiges Übel ist, dann kaufst du, glaube ich, nicht bei uns. Wenn du aber ein passionierter Gärtner bist, dann machst du das, dann kommst du dann, weil das eben einen Unterschied macht. Das ist so ähnlich, wie wenn ich zum, wenn ich jetzt bei dir um die Ecke zum Fliegenfischen an die Küste gehe, dann kann ich natürlich auch meine Schnur durchknipsen mit so einem Nagelknipsner von Butni. Ich habe aber einen, ich habe aber ein amerikanisches Teil von einer amerikanischen tollen Firma und bilde mir jedes Mal einen, der hat irgendwie 30 Dollar oder so gekostet, bilde mir aber einen bei jedem Knipsen, dass es anders klingt, dass es sich anders anfühlt. Ich gehe damit anders um, als mit so einem Teil, dass du einfach von dem an für das lästige Übel gekauft hast. Da machen wir, da machen wir, glaube ich, einen echten Unterschied mit den Produkten, mit den gut ausgewählten Produkten, die wir verkaufen. Also es ist keine klassische Bedarfsdeckung. Ja, meine Gießkanne ist kaputt, ich brauche mal schnell eine neue aus dem Baumarkt, sondern es ist eigentlich immer so ein emotional aufgeladener Kauf, wenn man sich dann diesen Rasierpinsel kauft oder diesen Angelschnurknipser oder die gusseiserne Kanne. Oder die AX zum Beispiel ist ja ein sehr funktionales Gerät, dann ist das bei euch immer mit so einem Thema vermuten. Verstehe ich. Wie hat sich denn der ganze Lieferantenmarkt entwickelt? Also du hast ja schon gesagt, der klassische Fachhandel stirbt so ein bisschen aus, sozusagen der ist diesem ganzen Druck der Online-Anbieter nicht mehr so richtig gewachsen. Da gibt es dann im Grunde nur noch dann regionale Fachhändler, wo dann irgendwie die beiden Generationen zusammen im Laden stehen, denen gehört das Gebäude und solange es das noch irgendwie gibt, dieses Setup, bleibt das erhalten. Da kann man dann vielleicht auch nochmal so einen Rasierpinsel oder so ein Rasiermesser kaufen, aber in der Regel irgendwie nicht. Meistens ist das so Elektro-Zubehör, finde ich, da noch im Fachhandel. Wie geht es euren Lieferanten? Also die Leute, die jetzt diesen super Rasierpinsel bauen oder diese Gießkanne aus Kupfer klöppeln oder diese Axta-Schmieden, die können ja quasi nicht diesen ganzen wegfallenden Fachhandel nur mit Manufaktum covern. Die werden doch auch versuchen, online zu verkaufen oder auch auf anderen Plattformen zu verkaufen, zum Beispiel auf Amazon. Ja, wobei wir, also das nicht so, also wir erleben, also das bei Amazon zum Beispiel nicht so stark wie andere, warum auch immer. Unseren Lieferanten, also wir haben das Lieferantenproblem ist ein ganz anderes als irgendwie die Lieferkette nach Asien, die unterbrochen ist oder so, weil wir das so gut wie gar nicht haben. Unser Problem ist eher, dass die Weberei irgendwo in Dunkelsüddeutschland nicht mehr weitermacht und wir dann ausgewählte Heimtextilien oder Bekleidung nicht bekommen, weil es ein Generationenproblem gibt und die nicht weitermachen und wir diese besonderen Produkte dann nicht mehr anbieten können, weil es den Hersteller nicht mehr gibt. So, das ist, das ist das viel größere Problem für uns, dass wir eben weiter irgendwie unsere Product Manager, unsere Trüffelschweine, wie wir sie nennen, dass die, dass die wirklich, dass das Suchen immer schwieriger wird, diese kleinen Manufakturen zu finden. Ich hätte gedacht, der ganze Etsy, der Wander-Trend hätte dazu geführt, dass es mehr Manufakturen gibt, mehr Leute, die wieder zurückgegangen sind, individuelle Produkte zu bauen. Morgen lade ich einen Podcast hoch, also den dürften die Leute, die es jetzt hören, schon vor vier Wochen gehört haben, mit Stefan Gant, der macht so ganz individuelle Lampen in Berlin, auch eine Manufaktur, irgendwie 20 Leute. Und gefühlt gibt es davon irgendwie mehr, weil ja dieser Direktkundenzugang durch, durch einfachen Shopify-Shop oder durch Etsy dann da ist und die professionalisieren sich dann teilweise auch. Also ich hätte jetzt erwartet, dass es mehr Manufakturen gibt, mehr hochwertige Ware europaweit. Ja, also mag sein, aber also in Summe ist es so, dass wir, also es ist schwieriger, die zu finden, aber wir finden sie und wir arbeiten dadurch, dass wir auch ein starkes QM-Team hier haben. Also arbeiten wir teilweise auch mit den Lieferanten stark daran, die groß zu machen, weil wir in der Lage sind, denen dann auch die nötigen, also die darin zu schulen, was heißt das eigentlich, einen größeren Betrieb zu machen, als nur irgendwie in der lokalen Nachbarschaft eine Axt oder zwei zu verkaufen. Und da gibt es eine ganze Reihe Beispiele von kleinen Manufakturen, die mit Manufakturen groß geworden sind, weil wir die sozusagen dann auch mit an die Hand genommen haben. Okay, also da gibt es quasi nicht das klassische Supply-Chain-Problem, das verstehe ich. Magst du noch was dazu sagen, wie viele von den Produkten ihr exklusiv handelt? Du hast gerade schon gesagt, dass ihr selbst gebrannten Wodka oder Gin, das habe ich vergessen mal wieder, Wodka anbietet, wenn man so in so ein Manufaktum laden geht oder auf die Webseite, wie viele von diesen Produkten macht ihr selber oder handelt ihr exklusiv? Ich weiß nicht, es sind glaube ich auch so 20 Prozent vielleicht. Also es sind nicht so viele, wie wir gerne hätten, aber das ist ja immer so ein bisschen unterschiedlich, ob wir die Sachen dann selber, also wirklich exklusiv, exklusiv machen, also auch selbst hergestellt, wie zum Beispiel so Magazin M-Produkte, Container DS, der hier hinter mir steht zum Beispiel, oder ob das dann irgendwie Bekleidungsprodukte sind, die es woanders auch gibt, aber dann nicht genau in der Konfiguration, weil wir Wert legen auf ein anderes Leder, das dann vegetabil gegerbt sein muss oder andere Knöpfe oder eine andere Baumwolle, die verwendet wird, aber die es sonst im Look und Feel vielleicht ähnlich gibt. Aber es sind so bummelig, 20 Prozent bauen wir aber weiter Haus natürlich. Okay, und das heißt quasi 80 Prozent der Sachen sind erstmal freier Handel, also sozusagen Dinge, die kauft ihr auch ein. Und dieses klassische freie Handelsgeschäft hat ja immer die Herausforderung des Preiswettbewerbs, ja, wenn da irgendjemand anfängt, angenommen es gibt ein kleines Manufaktum hier in Kiel, ja, sozusagen das Scra-Faktum und ich komme nicht mehr weiter in meinem Geschäft und ich weiß nicht, wohin mit der Ware, dann stelle ich es ja irgendwo online ein, ja, bei Amazon, bei Ebay, wo auch immer und sagt dann, komm, ja, 20 Prozent über dem EK, Hauptsache die Ware ist weg, was ja zu so einer klassischen Preisspirale nach unten führt. Seht ihr das bei euren Produkten manchmal oder sind eure Manufakturen davon befreit? Das kommt immer wieder vor. Das ist auch ein Vorwurf gewesen, den wir uns früher viel stärker anhören mussten, als das heute der Fall ist. Natürlich passiert das bei Einzelprodukten immer noch, dass irgendwie auf einem ausgewählten Ding irgendeiner um die Ecke kommt und was auch immer dann signifikant günstiger anbietet. Wir sind aber in der Regel, also wir sind kein Billigheimer, also das kostet in der Regel auch schon ein paar Taler 50, aber wir sind natürlich haben Auge darauf, dass wir vergleichbar nicht teurer sind. Das kann man auch fünfmal irgendwie sagen, ja, das ist aber von Manufaktum und das hat den Manufaktum Qualitätsstempel und Gütesiegel, aber der rechtfertigt das natürlich nicht. Insofern sind wir da schon sehr aufmerksam, wir sind sehr transparent darin, was wir da anbieten. Also es gibt nicht mehr diese Diskussion, ja, lass mal nicht drauf schreiben, wo das herkommt, damit man nicht vergleichen kann, sondern bei Amor Lux steht Amor Lux drauf, bei Amt Angel steht Amt Angel drauf, bei Oskar steht Oskar drauf, jeder weiß, was das ist und weil wir aber eben auch mit diesen Lieferanten immer wieder Exklusivteile haben, die es dann bei uns gibt, aber zum Beispiel in Hannover ist der Oskar, das ist Bekleidung, Damenbekleidung, nicht so weit entfernt, haben wir Sachen, die die nicht haben und umgekehrt. Also wir versuchen uns aus diesem direkten Preiswettbewerb natürlich so gut wie es geht rauszuziehen, aber das gelingt natürlich nicht immer. Aber wir haben, also wir haben nicht so sehr das klassische Amazon Problem, wir haben auch nicht den einen Wettbewerber, weil es schon extrem komplex ist, was wir hier machen, durch die Sortimentsvielfalt und die Sortiments Tiefe und Breite, die wir haben, hat das glaube ich einen Grund, dass es jetzt nicht den einen Wettbewerber Copycat von Manufaktum gibt, weil das schon irgendwie recht kompliziert ist, das alles zu managen, aber es gibt natürlich, also insofern haben wir auch nicht dieses wahrscheinlich so Feinbild wie ein About You guckt auf Zalando und Otto guckt auf Amazon, so das haben wir nicht, aber wir haben natürlich spezialisierte Wettbewerber für die Küche, wir haben spezialisierte Wettbewerber für den Garten, wir haben spezialisierten Wettbewerber für Home and Living und Möbel, so insofern haben wir da in jedem, in jeder Kategorie einzelne Wettbewerber, wo wir zusehen müssen, dass wir Versprechen unseren Kunden machen können oder liefern können, dass es wert ist, zu uns zu kommen, bislang funktioniert das. Die Kunden, die bei euch aus dem Laden gehen oder aus dem Onlineshop, da würde ich schon davon ausgehen, dass so ein durchschnittlicher Warenkorb so eher Richtung 150, 250 Euro ist, oder? Komme ich da nicht richtig? Ja. Okay, dann lohnt sich ja auch das Online-Geschäft. Wenn ihr online mal auf die Kanäle guckt, wo die Kunden herkommen, ist das hart gekoppelt an eure Filialpräsenz? Also ihr habt gesagt, 13 Filialen in Deutschland sind denn die Städte, wo es diese Filialen gibt, deutlich stärker auch im Onlineshop repräsentiert? Ja, das ist so. Also und das ist inzwischen auch so, in der Vergangenheit war das so, dass man, dass das noch mit jeder Warenhauseröffnung wurde ein Rob-Effekt für den Distanzhandel unterstellt. Das ist natürlich Quatsch. Es ist sehr, also wir können das sehr deutlich sehen, dass wir, also dass die Schichten oder dass die Zelle, keine Ahnung, Hannover größer wird, wenn ein Warenhaus kommt, dass die Zelle Hamburg größer wird, wenn ein zweites Warenhaus kommt, weil wir schon merken, dass wir damit auch neue Kunden gewinnen, was wir die Marke tun, was wir das Erlebnis tun und dass das für uns ein Kanal ist, der funktioniert und auch in sich profitabel ist. Also die Warenhäuser sind keine reine Markenveranstaltung, die da ist, um irgendwie Hallo zu sagen, sondern die muss auch in sich funktionieren und das tun die auch. Und wenn sie das nicht tun würden, dann würden wir sie nicht betreiben. Ist es denn so, durch die gestiegenen Online-Werbepreise, in denen durch Corona hat sich ja sehr, sehr viel Werbedruck in die Online-Kanäle verlagert, da hat ja Tarek in verschiedenen Podcasts auch mal darüber erzählt, aber das hört man eigentlich auch von jeder Ecke, dass es zunehmend schwerer wird, in der ersten Order online überhaupt profitabel zu werden. Wären dann Warenhäuser auf einmal wieder attraktiver, wo man dann sagt, okay, wenn das jetzt der Trend ist und der Trend scheint ja anzuhalten, kann es für uns durchaus sinnvoll sein, keine Ahnung, doch nochmal in eine Kleinstadt wie Kiel zu schauen, ob es da attraktive Flächen gibt und einen Manufaktumladen zu öffnen. Besser als komplett Kiel mit Facebook und Google Ads Anzeigen zu überziehen. Ja, also wir intern haben wir sehr klar die Parole ausgerufen, digital ist where the money is und digital first, da konzentrieren wir uns sehr stark drauf, weil wir da noch ordentlich zu tun haben und wir haben ja auch im Rahmen unseres Wachstumsplans entschieden, dass wir jetzt digital international wachsen wollen oder dass wir internationalisieren, aber digital zuerst, weil uns das der deutlich einfache und effizientere Weg erscheint, als irgendwie in Amsterdam ein Haus aufzumachen oder mal gucken, ob es funktioniert. Der Weg ist jetzt andersrum, das heißt aber nicht, wir haben aber trotzdem unsere Parole weiter aufrechterhalten, dass wir sagen, wir versuchen jedes Jahr noch ein weiteres Haus aufzumachen, weil das für uns funktioniert. Das ist ein Prozess, den wir sehr, sehr gut beherrschen und wir so ein Warenhaus ehrlich gesagt auch in null Komma nichts aus dem Boden stampfen können. Da haben wir unsere Dienstleister, da haben wir unsere Architekten, mit denen wir eng zusammenarbeiten und wenn wir einen Standort haben, dann geht das. Das ist aber natürlich immer so eine Frage mit, findest du in Kiel jemanden, der bereit ist, auch eine entsprechende, also das muss für uns ja auch passen. Also wir zahlen keine Mördermieten, das ist immer so, deshalb lassen wir viele Sachen liegen, weil es immer noch verrückte Vermieter gibt, die meinen, sie könnten da irgendwie mittlere, dreistellige Quadratmeterpreise in den deutschen Großstädten verlangen. Das ist total absurd. Dann reden wir über Monatsgebühren oder? Das sind die Monatsgebühren oder die Jahresgebühren? Also sagen wir mal 300 Euro pro Quadratmeter. Es gibt ja immer noch so Angebote, wo die Leute 100 Euro auf dem Quadratmeter haben wollen. Pro Monat. Und denkst du so, hallo? Wie? Pro Monat. Ja, ja, klar, pro Monat. Wie groß ist so ein Store bei euch? 500 Quadratmeter? Oder kleiner? Ja, wir haben ja, also bisher waren die so 600 bis 1000 Quadratmeter groß und wir haben ja dann in Corona seit, oder in Corona haben wir zwei Läden aufgemacht, drei Läden aufgemacht, die auf einmal nur noch 300, 350 Quadratmeter groß sind. Das funktioniert für uns aber auch. Und also wie gesagt, also das eine ist, was manche Vermieter haben wollen, das andere ist, was Manufaktum bezahlt oder in der Lage ist zu bezahlen, weil ich ja gesagt habe, also es ist keine Marketingveranstaltung für, und wir sind ja in dem Sinne auch nicht irgendwie so ein Luxusprodukt wie, weiß ich nicht, so die Handtaschenhersteller dieser Welt, sondern das muss für uns funktionieren. Und wir haben viel, wir haben zwar eine Reihe von institutionellen Vermietern, wir haben aber auch viel mit privaten Vermietern zu tun, die das für sich dann auch als Aufgabe sehen, für ihre Stadt irgendwie einen Beitrag zu leisten oder lieber einen sicheren Mieter haben. Wir sind keiner wie so der H&M, der alle drei Jahre irgendwie durchoptimiert, welche Ecke funktioniert jetzt besser oder ich brauche doch nicht mehr in einem Straßenzug drei Läden, sondern es muss nur einer sein, sondern wir gucken schon, wo wir sind, aber sind dann auch zuverlässige und glaube sehr treue und gute Mieter. Wo muss denn so eine Lage bei euch sein in der Stadt? Ist die in der klassischen Einkaufsstraße oder mehr so in den Zufahrtsstraßen oder in Wohnen? Nee, ist schon da, wo die, also so stark sind wir dann leider doch nicht, dass man jetzt für uns irgendwo hinkommt. Das funktioniert in den gelernten Lagen wie in Berlin. Da sind wir irgendwie am, am Hardenbergplatz. Das, das ist eine Lage, die würde ich heute, glaube ich, nicht nochmal machen. Insofern versuchen wir schon mitten in die Stadt zu gehen, da wo die Frequenz ist. Aber da kommen die Leute dann auch zu uns. Wir haben jetzt auch in Hamburg das erste Mal getestet, wie das ist, wenn wir in ein Einkaufscenter gehen. Wäre früher auch undenkbar gewesen. Im IZ seid ihr, glaube ich, ne? Im IZ, genau. Wir sind im IZ zwischen, zwischen Apple und Tesla. Ist also auch eine ganz gute Lage. und mal schauen, wie sich das entwickelt. Ja, vielleicht sagt das auch Apple. Wir sind nie im Manufaktum. Ähm, die... Ich glaube, die sind nicht so, also das, also bisher hören wir eigentlich nur, dass die, dass auch unsere, also die Firmen um uns rum ganz dankbar sind, wenn wir kommen. Okay. Bleiben wir mal kurz bei der Auslandsexpansion. Ähm, da stelle ich mir gar nicht so einfach vor, weil ihr ja, wie gesagt schon, ihr seid ja so ein Universalhändler der guten Sachen, ja? Ähm, wenn jetzt in Frankreich jemand nach so einer schwedischen Axt sucht, ja? Bei Fashion wäre das ja so gewesen, bei Zalando ist ganz klar, du kannst ihm quasi, lockst ihm mit irgendeinem klaren Fashion-Keyword, ja, der Sommerkleid in den Shop und versuchst ihm dann über das große Sortiment im Fashion-Bereich, ähm, dann eine Ware anzudienen und ihn dann wieder reinzuholen in den Shop mit, äh, mit einem sehr, sehr guten, ähm, CRM. Bei euch stelle ich mir das ja schwieriger vor, das sind ja so super Special-Interest-Themen, bei der der Kunde ja gar nicht weiß, wenn er ein neues Land gibt, wofür steht man nur Faktor? Und er sieht jetzt vielleicht in der Werbeanzeige nur diese spezielle schwedische Axt, ja, bei einem Google-Ads zum Beispiel oder auch bei der Außen-Außen-Werbung, wie, wie funktioniert das da? Wie, wie haltet ihr denn so einen Kunden fest? Weil, weil es ja so breit ist, der Gärtner, derjenige, der eine schöne Küche haben will, derjenige, der irgendwie sich traditionell rasiert, das sind ja ganz unterschiedliche Menschen oft. Ja, also wir sind, wir sind stark in der, in der, in der Suche, in der, im, im Non-Brand, weil wir eben aus dieser, auch aus der, ähm, Katalog-Genese oder unser, unsere Liebe zum Detail, der Beschreibung unserer Produkte, äh, ja, weit oben auftauchen und wir uns über, also wir haben einen, also wir hatten bisher schon einen Manufaktum.com-Mandanten, und haben über, über den Traffic oder über das, das Geschäft, das wir über, das, über das, über das, dort, über den Dotcom-Mandanten machen, uns genau rausgeguckt, so, was sind eigentlich die Länder, die heute schon Anzeichen haben, dass sie für uns ganz gut funktionieren. Und so haben wir die Niederlander ausgewählt, ähm, dazu dann eben noch so, ja, wie, wie, wie online-affin sind die sowieso und so weiter und so. Und, und was ist so, äh, der Kulturkreis ist, springt der an auf so, könnte der anspringen auf so ein Konzept wie Manufaktum. Und, äh, dann werden wir das, äh, versuchen mit den Mitteln, die wir hier auch haben, also, ähm, ähm, äh, Google Shopping, äh, SEO Non-Brand, ähm, ähm, da mal gucken, wie es weitergeht. Mal gucken, wie das mit, mit Social funktioniert ist, was bisher für uns nur so mittelgut funktioniert hat. Ähm, ähm, das ganze Displayzeug hat, hat für uns auch bisher, äh, gar nicht funktioniert, haben wir wieder bleiben lassen. Mal gucken, ob wir da nochmal einen, einen neuen Angriff wagen. Aber, ähm, werden über unsere klassischen, ähm, Kanäle versuchen, das in den, in den Ländern auch zu machen. Aber haben da auch einen vorsichtigen Ansatz gewählt und gehen jetzt nicht irgendwie, also wir werden es nicht ganz so, ganz so radikal krass wie, wie About You machen können. Auch mit weniger Marketingwurms leider. Funktioniert es mit Influencern? Irgendwie so ein, 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 ein Alter. Weißhaariger Gärtner mit einem besonders gepflegten Bart zum Beispiel? Ja, aber immer in einer sehr kleinen Community. Also das ist, das geht schon, machen wir auch, aber das ist, ähm, haben da auch Ausgewählte, aber, ähm, auch das ist eher noch, ähm, Sparfler mal gucken. Ist jetzt auch nicht so, dass wir sagen müssten, es muss jetzt irgendwie ein großer Koch her, der für uns irgendwie sein Bild in die Kamera hält. Glauben wir nicht so dran. Wie oft kommt denn so ein klassischer Manufaktum-Kunde zu euch? Ja, inzwischen ist der, ähm, jedes Jahr da. Oh, okay. Etwas, etwas, etwas mehr, etwas, also früher waren das irgendwie, als ich anfing, hieß es so, ja, alle 18 bis 24 Monate, inzwischen sind wir deutlich unter einem Jahr. Ist das sehr anlassbezogen? Und haben über die, und haben, wie bitte? Ist das sehr anlassbezogen, also Ostergeschäft, Weihnachtsgeschäft? Ja, wir haben eine starke Abhängigkeit vom Weihnachtsgeschäft, das ist leider so. Also obwohl das ja alle Sachen sind, die man das ganze Jahr über nutzt und gebrauchen kann, aber wir haben natürlich einen starken Peak hier zur Gartensaison, also jetzt gerade im Frühjahr bis Ostern hin, das merken wir total. Und dann merken wir einen irren Anlauf Richtung Weihnachten. Also ab November ist dann nochmal so, geht es dann steil nach oben und wenn der, wenn der Weihnachtsanlauf nicht kommt, dann haben wir ein Problem. Wie habt ihr das denn im ersten Corona-Jahren 2020, ähm, gemanagt? Kennt ihr eure Kunden und postalisch, dass ihr denen irgendwie was schicken konntet und sagt, wir, unsere Läden sind zwar zu, aber du kannst es doch gerne online besuchen und übrigens hier ist noch ein Katalog? Ja, also erstmal war natürlich totale Schockstarre, aber dann haben wir, also haben wir einen unglaublichen Run auf unsere, also erstmal waren so Panikkäufe, dann haben die irgendwie Leute nach Wasserfiltern bei uns gesucht und Konservendosen bis zum Abwinken gekauft, weil sie dachten, die Welt geht unter. Also so Käufe, also so Käufe, wo ich denken würde, die würden jetzt vielleicht Sinn machen, wenn man in Panik verfallen wollte, aber damals irgendwie gar nicht, äh, ist aber so. Und dann haben die, äh, also ein großer Teil unserer Kunden ist fit geworden und hat, also wir haben mehr Waterroar verkauft als in unseren besten Weihnachtsgeschäftszeiten und, ähm, Sportgeräte jeder Art, Laufbänder, Bauchtrainer und so weiter und so fort. Ähm, Küche ist komplett durch die Decke gegangen, aber die Menschen haben sich auch total eingerichtet. Also ich glaube, du hast mit Flo neulich darüber gesprochen, ne, also inwiefern sich das bei den Möblern auswirkt, dass das Corona, ähm, was der Corona-Effekt ist. Und, also das kann man schon merken, dass wir, dass die Menschen sich irgendwie Cozy Homes eingerichtet haben, da total Gas gegeben haben. Merken wir jetzt auch in unserer Bevorratung, dass wir da an der einen oder anderen Stelle vielleicht hätten besser aufpassen müssen, dass wir jetzt ein paar ordentlich Stühle, ordentlich Stühle da haben, die halt nur einmal gekauft werden. Ah, okay, okay. Sind ja keine, sind ja keine irgendwie modisch unterlegten Produkte, insofern ist es zwar ein bisschen Kapitalbindung ist jetzt, aber nicht so schlimm wie ein falsches T-Shirt, das auf Halde liegt. Habt ihr da irgendwie ein großes Zentrallager, aus dem das alles bedient wird? Ja, wir haben ein großes Zentrallager hier in Dortmund um die Ecke mit unserem Partner Renus. Das hat, das hat in Corona und in den Weihnachtsgeschäften echt gut funktioniert. Wir hatten einen, also wir hatten einen Katastrophenfall vor Ostern 2020, der hat uns Customer Service mäßig auch hart ins Kontor geschlagen. Ich glaube, der Kollege von Sportiti hatte das auch berichtet, dass am Anfang Customer Service komplett überlaufen wurde. Das hat ein bisschen gedauert, bis wir uns da gefangen haben, aber inzwischen sind wir da wieder auf Spur und können auch über die, über unseren NPS sehen, dass die Kunden uns das langsam wieder verzeihen. Aber das hat sehr lange gedauert. Wir hatten halt, also Faktor 3 und Faktor 4 mehr Anrufe und Mails als in unseren stärksten Weihnachtszeiten. Und das mit weniger Personal, das ist halt nicht aufzufangen gewesen, leider. Ja, aber da sind wir wieder, also wir sind da jetzt wieder auf Spur. Wir haben uns verstärkt mit einem outgesourceten Customer Service Anbieter zusätzlich zu dem, den wir hier in Waltrop haben. Also das sind unsere eigenen, aber da ist noch ein externer dazugekommen und ja, da sind wir wieder auf Höhe und Logistik funktioniert auch und da machen wir auch, da machen wir auch spannende Sachen. Du bist ja ein alter Strateger aus der Otto Group. Du hast ja bestimmt schon mal versucht zu ermitteln, wie groß eigentlich dieses Segment ist, was ich mir total schwer vorstelle, das überhaupt einzugrenzen. Von der manuell betriebenen Brotschneidermaschine bis zur handgeschmiedeten Axt aus Schweden. Was reden wir denn in Deutschland über eine Milliarde? Ja, das ist der Teil, den wir im Rahmen der strategischen Planung der Otto Group auch immer offen lassen, weil wir sagen, können wir nicht ermitteln. Ja, glaube ich, oder? Ich meine, wie soll das wiedersehen? Also ich meine, ich habe das ja, ich habe dieses Template ja gefühlt selber noch, als ich auf der anderen Seite war, den Gesellschaften hingelegt und habe mich immer gefragt, das muss auch zu ermitteln sein. Aber es ist für uns selber so, jetzt sitze ich auf der anderen Seite und wir setzen das fort, dass wir das Feld blank lassen. Aber gibt es so ein natürliches Marktwachstum? Also wir sehen ja, weil man jetzt in Modellen unterwegs ist, die ganz klar von Offline zu Online migrieren. Ja, immer noch im Fashionhandel ist das teilweise noch der Fall. Im Grocery beginnt das jetzt, da sehen wir so ein natürliches Wachstum von irgendwie 15 Prozent, sozusagen, wo der Markt online größer wird. Das heißt quasi ein ordentliches Business, was online aktiv ist, muss dann 15 Prozent mindestens wachsen und alles, was es dann darüber wächst, ist es besser als der Markt. Gibt es bei euch irgendwie so ein Wachstum? Gibt es einen Trend zu nachhaltigem Rasieren, manuell betriebenen Maschinen, damit man von Strom abhängiger wird? Ich kann dir die Prozentzahl nicht sagen, aber wir sind ja, also ich kann sagen, wie wir, also, dass diese Unternehmung auf einmal angefangen ist zu wachsen. Das hat damit zu tun, dass wir selber viele Stellschrauben verändert haben und Sachen besser machen als früher. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir natürlich da draußen einen Zeitgeist treffen und bedienen können, wie das wenige andere können. Also natürlich machen die Menschen sich mehr Gedanken darüber, was kaufe ich ein, was möchte ich essen, wie möchte ich mich kleiden. Ich will nicht irgendwie das eine T-Shirt kaufen, um es dann morgen wieder wegzuschmeißen und so weiter und so fort. Und da sind wir natürlich genau drin. Und genauso wieder das Rasierbeispiel. Also natürlich kann man sich irgendwie so ein Gillette-Ding kaufen und dann das Plastikzeug da drum wieder wegschmeißen. Man kann das aber auch richtig machen, dauert ein bisschen und muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, kostet auch ein paar blutige Wangen zwischendurch. Aber wenn man das dann mal gemacht hat und sich die Zeit dafür nimmt, ist das mega und das finden die Leute, glaube ich, echt gut. Und es sind auch extrem viele junge Leute, die in unsere Warenhäuser kommen und sich dann eben nicht irgendwie so einen Live-Height-Wäscheständer irgendwie aus dem Baumarkt holen oder bei Amazon, sondern bei uns kommen und sich so ein Holzding auf Rädern mit nach Hause nehmen. Ja, aber wenn das so ein großer Trend ist, dann dürftest du doch bestimmt den aufmerksamen Kollegen aus Asien, die solche Sachen ja schnell nachproduzieren, auch aus Holz, das nicht entgangen sein. Da gibt es doch bestimmt auch so Dinge, die nachhaltig aussehen, ja, der Wäschestände aus Holz bei Amazon. Siehst du sowas? Ja, gibt es ja auch bei, ich hatte irgendwann mal so eine Diskussion mit irgendjemandem vom Spiegel, da wurden dann so, das sind dann zwei Besen, die sehen ähnlich aus. Der eine kostet bei uns, ich weiß nicht, was er kostet und beim Baumarkt kostet er einen Bruchteil davon. Aber das eine ist hier in Deutschland irgendwie handgefertigt und gemacht und das andere ist irgendwie, mal übertrieben gesagt, Kinderarbeit aus China. So, da sind wir wieder dabei, ist es das notwendige Übel, in den Garten zu gehen und dann mit diesem Besen zu arbeiten, dann ist es dir vielleicht egal. Wenn du aber sagst, das ist irgendwie meine Passion und ich stehe drauf und mir ist wichtig und ich gucke auch hinter die Kulissen und die Infos dazu, die bieten wir ja an. Mehr inzwischen auch langsam mit Bewegtbild, aber auf jeden Fall im Text, das ist schon recht einzigartig, würde ich sagen. Also die Produkttiefe und die Art und Weise der Beschreibung auf unseren PDSen oder im Katalog, die macht uns auch die Internationalisierung ein bisschen schwieriger als das für ein About You ist, der ein T-Shirt irgendwie mit Attributen belegt, die man ganz einfach übersetzen kann und feuerfrei. Während bei uns irgendwie die Wollmütze von Harry dem Hürden auf den Orgneys, der nachts Hafe spielt und irgendwie drei Kinder hat oder so. Du hast gesagt, es gibt so einen Reparaturservice bei euch. Was ist denn so das extremste Nutzungsszenario? Ich weiß nicht, wie alt Manufaktum ist, aber da gibt es da wirklich Leute, die vor 25 Jahren so eine Akt gekauft haben, die sagen, guck mal, jetzt ist mir der Griff abgebrochen, mach doch mal was. Ja, passiert. Also immer. Und wenn es bei euch gekauft wird? In der Regel sind wir, also wir haben ein unfassbares, also hier in Waltrup im Customer Service haben wir ein unfassbares Lager an Ersatzteilen. Das ist völlig crazy. Und da gibt es in der Sonderbestellung vier Kolleginnen, die, ich weiß nicht, wie sie die Ordnung da machen, aber sie haben sie und wissen genau, wo welche Dichtung, wo welcher Ring, wo welche Schraube ist. Aber natürlich mit den langjährigen Partnern sowieso und den neuen ist das sozusagen Aufnahmebedingungen, dass wir in der Lage sind, die mechanischen Teile sollten sie aus welchen Gründen auch immer kaputt gehen, ersetzen können. Also funktioniert in den meisten Teilen. Ich gebe zu, es ist nicht immer, also nicht immer so, wie wir uns das auch vorstellen. Das kann halt passieren. Sorry, aber in der Regel, ja klar, wenn beim Spaten der Stiel bricht, dann besorgen wir dafür, dass ein neuer Stiel kommt. Was heißt denn Sonderbestellung? Kann ich da zu euch kommen und sagen, ich hätte gerne so ein Rasiermesser mit Elfenbein? Elfenbein ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Das könnte ich wahrscheinlich nicht machen, aber irgendwas, was jetzt nicht geschützt ist. Ja, aber du kannst, also eine andere Materialität, andere Farbe, andere Größen, andere, also eigentlich jegliche Beschaffenheit, die man bei einem Produkt irgendwie verändern kann, versuchen wir, also fragen wir auf jeden Fall bei unseren Lieferanten an, ob es geht. Und wenn es geht, dann sorgen wir dafür. Dauert dann natürlich eine Weile, aber hat dann wahrscheinlich auch einen anderen Preis. Aber da sind wir transparent, da gibt es ein Angebot und dann kann Kunde, Kundin entscheiden und zuschlagen. Was ist so eine klassische Sonderbestellung? Was ist das so? Wie bitte? Was ist denn so eine klassische Sonderbestellung? Eine Brotscheinemaschine mit einem größeren, größerer Kurbel? Oder was ist denn das dann? Na, das sind vor allem bei, also das sind bei Heimtextilen vor allem irgendwie Längen und Größenordnungen, die anders als das, als die Norm sind. Aber das sind auch, das sind Farben, das ist ein anderes Holz, das ist, also es ist wirklich, ich möchte die Messer nicht mit irgendwie dem Apfelholz, sondern keine Ahnung, Olive oder keine Ahnung, Mooreiche oder hast du nicht gesehen haben. Wie funktioniert denn Social Media für euch oder eure Lieferanten, wenn das so emotional aufgeladene Produkte sind? Ja, das Messerschleifen kann man ja auch supergeil mit Video in Szene setzen, mit dem Manufaktum-Logo im Hintergrund. Da würde ich mir vorstellen, da rennt ja quasi in jedem Laden die ganze Zeit ein Social-Media-Team, was diese Produkte irgendwie fotografiert und irgendwie Luft schmeißt oder was man immer damit machen kann. Das wäre schön. Ist nicht so? Das wäre schön, wenn wir das hätten. Also das funktioniert für uns, aber wir sind da leider noch nicht so weit, wie wir das gerne wären, was auch irgendwie mit der Kapazität, die wir hier haben, zu tun hat. Wir sind eine überschaubar große Truppe hier in Waltrop mit irgendwie 120, 150 Menschen, die hier arbeiten, über alle Bereiche hinweg. Und also beim Thema Bewegtbild entwickeln wir uns, finde ich, super weiter, aber das ist leider noch nicht ganz da, wo wir hinwollen. Aber wir halten inzwischen wirklich auch bei jeder Gelegenheit drauf, wir machen genau das, was du gesagt hast, dass wir so ein Messerschleif-Seminar filmen, aber auch unsere, haben wir jetzt gerade gemacht für die neue Bekleidung, dass wir die Shootings da auch gefilmt haben und daraus Bewegtbild gemacht haben. Also wir lernen dazu. 120 Leute in der Zentrale, in Anführungsstrichen, wie viele Leute seid ihr in Summe? Weil in die Fialen haben wir nochmal, wahrscheinlich hat jede Fiale… 150 hier, ich glaube, also Köpfe sind es irgendwie 600, 700. Okay. Also natürlich, also die Warenhäuser, aber insbesondere auch die Gastronomie, also da sind ja auch nochmal eine ganze Menge Menschen, die arbeiten. Sind an jedem der 13 Standorte, sind da immer solche Brot- und Butter-Restaurants direkt mit dran? Nein, an neun. An neun. Das heißt, ihr betreibt neun Restaurants noch dazu. Ja. Und in diesen Restaurants… Das ist natürlich auch fast, wie bitte? In diesen Restaurants, gibt es da auch irgendwelches ganz besonderes Essen, alte Rezepte zum Beispiel? Ja, es ist viel rund um unser Brot, um unser Sauerteigbrot. Ist jetzt keine Riesenkarte, dafür sind die Betriebe alle zu klein. Aber das ist alles, also Brot und Butter, der Name ist Programm. Also es gibt alle möglichen Formen von Stullen und dann gibt es immer eine kleine Suppe oder eine Quiche oder was man eben bei uns im Backofen noch so zaubern kann. Hm, das ist sehr lecker. Und ja, es ist auch, es ist super. Aber auch da haben wir natürlich, wie alle anderen auch, also wir haben ja nicht nur das Problem, dass wir Menschen für die Zentrale suchen, sondern also wir spülen den Fachkräftemangel von der Gastro bis zum Softwareentwickler. Aber ihr habt noch kein Mehlproblem. Aktuell ist es ja gerade so, ich hoffe, wenn der Podcast ausgestrahlt ist, gibt es das Mehlproblem nicht mehr, aber es gibt überall das Mehl ausverkauft. Sogar bei Amazon dauert es mittlerweile mehrere Wochen, bis Mehl ankommt. Da seid ihr in der Gastro noch nicht betroffen? Nein, da sind wir mit unseren kleinen lokalen Mühlen oder der kleinen Mühle zusammen. Wir sind ein verlässlicher Partner für die und die für uns. Das stimmt. Wahrscheinlich ist ja im Manufaktumladen noch so ein kleiner Schleifstein, den man für zu Hause kaufen kann. Dann könntet ihr noch quasi zum Bauern fahren und das den Weizen direkt. Schleifstein, genau. Schleifstein haben wir, Mühlstein haben wir noch nicht. Mühlstein, genau. Mühl, meine ich auch. Mühlstein ist da im Laden. Okay, sozusagen Digital First. Bleiben wir mal ganz kurz nochmal bei dem Thema. Holland ist jetzt das erste Land, was ihr euch jetzt international zutraut. Dach machen wir schon. Also Dach gibt es irgendwie schon immer. Das gehört sozusagen dazu. Und Holland ist jetzt das erste Land, wo wir, ja, steil gehen und nach dem Motto Test, Learn und dann hoffentlich Scale. Also wir sind jetzt live seit Anfang März oder Ende Februar, machen das aber so unter dem Radar, gucken mal, wie die Technik funktioniert, die notwendigen Zahlarten ja insbesondere ideal anbinden und was so dazugehört, Fraud-Geschichten. Und dann werden wir nach den Sommerferien richtig Gas geben. Also für unser Verhältnis richtig Gas geben, ne? Also auch irgendwie die Werbekanäle ein bisschen mehr aufdrehen. Und kannst du dir auch… Ist ja immer ganz spannend zu sehen, was passiert oder wie ernüchternd das dann ist, wenn man so eine, den Shop live stellt und dann merkt, es passiert gar nichts, weil ohne Werbung nichts geht. Wie krass das ist. Willkommen in der Garfahrwelt. Ja, ja, klar. Wie lange gebt ihr euch da, um so einen Markt zu enablen? Also wir haben gesagt, dass wir uns ein Jahr immer, also wir gucken uns das Jahr genau an, um dann zu entscheiden, ob wir das mit dem nächsten Land nachlegen. Müssen wir mal gucken, ob diese Zeit, ob dieses Raster irgendwie vernünftig ist. Also, weil, wenn du wirklich ernsthaft Erkenntnisse aus einem Land rausziehst, dauert wahrscheinlich mehr als zwei, drei Monate. Und dann müsstest du ja schon wieder weitermachen und dann als nächstes irgendwie mit dem Rest von Benelux nachzulegen. Müssen wir mal gucken. Müssen wir auch transparent mit unserem Beirat besprechen. Also ich glaube, für Benelux ginge das, aber wenn man dann den nächsten Schritt macht, um nach Skandinavien zu gehen, dann sollten wir eine etwas größere Sicherheit haben. Wie relevant ist für euch das Thema Plattformgeschäft? Heute vereinert ihr die Ware komplett, dass das quasi, was im Lager ist und im Laden ist, gehört euch. Nun könnte es aber sein, dass derjenige, die diese schicken Rasierpinsel produziert, irgendwie so viele verschiedene Varianten produziert, dass ihr sagt, das können wir alles gar nicht vorrätig halten. Wir wollen es aber vor allem digital anbieten. Also kommt man schon in so ein Plattformgeschäft. Das gibt es auch. Wir haben so, wie heißt das, X-Artikel heißt das bei uns Streckenartikel. Also, dass wir bestimmte Ware bei unseren Lieferanten abrufen, weil wir sagen, wir haben irgendwie, weiß ich nicht, die Tonone Leuchte in zwei Ausführungen vorrätig. Wenn wir aber noch irgendwie in klein und orange sie haben wollen, dann können wir die direkt beim Hersteller beziehen und dann unseren Kunden zur Verfügung stellen. Das machen wir natürlich auch. Aber wir haben uns mit Plattformen auseinandergesetzt, haben für uns aber entschieden, dass wir so etwas wie Amazon nicht machen wollen. Ich würde es eher andersrum sehen. Also wir haben heute eine technische Infrastruktur, die es uns ermöglichen würde, Plattformen für Manufakturen zu sein. Das finde ich hat viel mehr Charme und da sehe ich auch echt Potenzial drin. Es ist aber wieder so eine Frage von, wie viele Menschen haben wir hier, die nicht nur einen Shop irgendwie betreiben und weiterentwickeln können, sondern dann zusätzlich noch, also jetzt Plattformen für Manufakturen, es geht ja weit über, wir müssen am Shop was machen, sondern das ist dann ja die gesamte Organisation mit Supply Chain Management und so weiter, QM und so weiter, die dann involviert wäre und das wird noch ein bisschen, also ich hoffe sehr, dass wir das irgendwann machen, aber es wird noch dauernd, weil wir jetzt gesagt haben, Internationalisierung digital, kann es nicht. Wir wollen eine Sache richtig machen und nicht viele Sachen anfangen und uns verzetteln. Die Gefahr ist eh schon groß genug und das passiert uns natürlich auch, aber da müssen wir eben auch Nein sagen, auch wenn ich das, also ich persönlich total charmant finde die Idee. Ich habe da auch schon mit vielen potenziellen Partnern gesprochen, die sich auch immer wieder melden, aber der Tag wird kommen. Was ist 2022 für dich so das Spannendste außer der Niederlande Expansion? Was kann noch passieren? Gibt es irgendwie neue große Lieferanten, die angebunden werden, neues Erlebnis, Konzept, Manufaktum und Karls Erdbeerhof quasi zusammen unterwegs auf Tour als Pop-Up-Store-Konzept oder sowas? Also Internationalisierung ist schon der größte Brocken. Ich bin grundsätzlich gespannt darauf, wie das mit den Veranstaltungen jetzt wieder losgeht, aber also auch was Frequenzen grundsätzlich angeht. Wir machen 30.04. in Waltrop die Gartentage, das ist unsere größte Veranstaltung. Da bin ich sehr gespannt, wie das funktionieren wird, ob die Menschen zurückkommen. Wir haben letztes Jahr schon in etwas kleinerem Format die Herbsttage gemacht. Das war, obwohl das Wetter nicht besonders gut war, hat man schon gemerkt, dass die Menschen wieder raus wollen und dass die wieder was erleben wollen. Aber ich gucke natürlich schon noch mit großer Spannung darauf, wie Frequenzen und wie stationär sich entwickelt. Also ich glaube, für uns ist es nach wie vor so, dass wir stationär offline funktionieren, würde das jetzt aber nicht für jedes Konzept unterschreiben. Und für ein weißes T-Shirt muss kein Mensch mehr in die Stadt gehen. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Das kann ich ja dem Karstadt-Geschäftsführer, wenn ich hier das nächste Mal im Podcast sitze, direkt mitgeben. Nee, der hat bisher nicht zugesagt. Da gibt es bisher keine Kassenzone-Kooperation. Aber ja, Max, sehr spannend. Ich glaube, das hat dem einen oder anderen hier viel Lust gemacht, doch mal in euren Laden zu gehen und das Thema irgendwie lecker Sauerteigbrot mit Schnittchen. Das ist ja so auch mein Thema und Suppe dazu. Muss ich doch mal wieder vor. Also du merkst es ja schon, wenn du reinkommst, der Geruch, der dich da empfängt, das ist echt was anderes. Genau, müsste doch nach Kiel kommen nochmal oder nach Kettdorf hier. Aber okay, das ist noch ein weiter Weg. Max, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank. Danke, Alex. Danke. 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 Danke.